Herzlich willkommen zur Maintenance in Zürich. Die Messe zur industriellen Instandhaltung der Schweiz. Auch in diesem Jahr präsentierten Aussteller ihre Highlights und Zukunftstechnologien. Als besonderes Highlight brachte die Smart Maintenance Conference Interessierte und Profis der Branche zusammen. Wir haben Beyond Projective Maintenance als Titel für unseren Vortrag gewählt heute und auch als Leitfaden, weil für viele Firmen andere Themen aus dem Stillstand am wichtigsten sind, zum Beispiel die Qualität. Wenn man ein Produkt erneut produzieren muss, kostet das sehr wertvolle Produktionszeit und sorgt auch dafür, dass der Kunde unzufrieden ist. Deswegen sind solche Prozesse genauso wichtig, als zu vermeiden, dass eine Maschine stillsteht. Digitalisierung in der Instandhaltung ist ein Thema, das wird uns noch mehr beschäftigen, als es jetzt heute tut. Es ist ein sehr innovatives Thema und auf dieser Messe mit der Kombination aus der klassischen Instandhaltung und den digitalen Technologien, die wir heute haben. Für mich war das sehr spannend zu sehen und ich glaube, wir werden hier in den nächsten Jahren noch viel Innovation sehen. Wir freuen uns, Sie auch zur nächsten Maintenance am 12. und 13. Februar 2020 in Zürich begrüßen zu dürfen. Die Kunde Lundgegnete 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 Untertitelung des ZDF, 2020